Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Runde von Minecraft. Okay. Hi. Dario ist auch dabei. Alles klar. Team Jump League natürlich. Wir beide werden beweisen. Wir haben doch irgendwann mal eine Runde vor ein paar Tagen aufgenommen. Na klar, haben wir schon. Ach ja, das war die Runde, die ich hochgeladen habe, um die Runde, die ich mit Paluten aufgenommen habe, wiederum ein wenig zu entkräften. Die war es, genau. Hat super funktioniert, muss man auch sagen. Ja, hat wirklich gut funktioniert. Danach habe ich mit Manu aufgenommen und eine richtige MLG Pro V-Runde abgeliefert. Und jetzt nehme ich wieder mit dir auf. Der Kreis schließt sich also sozusagen. Ja, aber wo ist Paluten in dem Kreis jetzt wieder? Ja, der ist irgendwie, dem sein Terminplan war eine Ecke zu voll. Da muss ich mal nachfragen, ob er innerhalb der nächsten Tage Zeit hat, vielleicht unseren Fauxpas wieder auszumerzen. Ach, davon geht es schon direkt aus, dass jetzt hier... Wie meinst du? Nee, nicht unseren Fauxpas, ich meine den Fauxpas von mir und Paluten damals. Ach so, ich dachte schon jetzt hier. Ja, du musst schon so ein bisschen im Kontext drin bleiben. Ich habe mich schon persönlich angegriffen gefühlt, muss ich sagen. Nicknames, Dario ist Kurt hier, 89. Ich bin Nathan, 105, damit ihr das so ein bisschen verfolgen könnt. Da rechts im Bild. Und ich komme schon mit dem ersten Gedöns wieder nicht klar. Jumee. Wo bist denn du, Alter? Nathan, wo ist er denn? Ich bin hier beim dritten Modul und irgendwie... Ey! Was soll das? Alter, ist das ätzend. Bist du auch bei diesen komischen roten Dingern? Wo man so drumrum springen muss? Ja, da bin ich auch. Das ist ätzend. Ich bin jetzt zumindest bei der Kiste gelandet. Oha. Das ist doch schon mal was. Und dann kann ich hier, wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache... Ich stoße mir die ganze Zeit immer den Kopf an der Ecke. Ja, das habe ich auch immer gemacht. Aber jetzt bin ich auf dem dritten Platz. Ich bin jetzt wieder groovy drin. Ich habe das Ding hinter mir. Ich habe es hinter mir gelassen. Würdest du denn sagen, dass es bei dir läuft? Kisten sind bisher so... Naja, obwohl. Ich habe fast schon eine ganze Rüstung zusammen. Aber ich erwarte ja bei Team Jump League, weißt du, denke ich auch immer so ein bisschen an dich. Na klar. Und in dem Kontext, wenn man bedenkt, dass das für zwei reichen müsste, ist es nicht so gut. Oh, das natürlich... Muss ich auch enttäuschen. Ich habe leider auch nur Müll bisher, mehr oder weniger. Aber geilen Müll, oder? Der glitzert zumindest ein bisschen, ja. Der glitzert zumindest, ja, nice. Wo geht es denn hier? Was ist denn das für eine... Ich bin unzufrieden, was das hier angeht. Ja, ich auch gerade ein bisschen. Ich komme nicht von diesen Teppichen runter. Da geht es weiter. Das gibt es doch nicht. Huh. Ja, nice. Ich bin jetzt bei Modul Nummer 6. Wo steckst du denn genau? Oh, gar nicht so gut. Bei Modul 4 bin ich. Im unteren Drittel bist du da. Ja, ich rutsche immer mehr ab gerade. Das ist jetzt eine Sache. Die mir persönlich missfällt. Überlegst du jetzt, mich aus dem Team zu werfen? Oder wie weit... Bist du da schon in den Überlegungen? Dario, Dario, Dario. Also, ich habe nochmal einen Goldharnisch dazu. Ich habe auch schon zwei Bögen. Und vor allem habe ich eine Eisenachst und ein Steinschwert. Das heißt, jeder von uns hat dann jetzt... Oh, das ist schon mal nice. ...fünf Angriff. Und das ist ganz geil. Oh, oh Gott. Ich bin so weit wie noch nie. Bevor. Nein, ich bin so knapp vorbeigesprungen am Checkpoint. Das gibt es nicht. Wie knapp? Willst du das vielleicht nicht so genau umschreiben? Das war eigentlich eine gerade Linie und ich bin irgendwie links vorbeigesprungen. So mega lame. Ja. War schon peinlich. Ich ziehe mich jetzt schon mal... Ihr wisst das. Hin und wieder möchte ich mir dann den Moment nehmen, in dem ich mich entspannt anziehe. Ja, mache ich auch mal lieber. Ich habe immer noch keine Hose. Hast du eine Hose oder sowas? Ne, auch nicht. Scheißendreck. Okay, ich lege hier schon mal das rein, damit ich dir das nachher gleich rüberschmeißen kann. Die Eisenachst, ne? Genau. Hast du irgendwie... Was hast du als... Hast du Kettenstiefel? Oder was hast du für Stiefel? Ich habe Goldstiefel. Dann gebe ich dir die Kette noch rüber. Da haben wir zwar immer noch alle keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein halber Rüstungspunkt mehr oder nicht ist. Kann ich ja mal eigentlich auszutesten. Das bleibt eigentlich gleich, oder? Oh, ich habe jetzt auch eine Eisenachst gefunden. Ich spiele... Oh, okay, dann brauchst du die gar nicht mehr. Ich spiele eigentlich gar nicht mehr. Ich bin gerade nur noch in meinem Inventar so ein bisschen und mache mir so ein bisschen Zeit. Okay, Konzentration. Du musst suchen Nathan 105. Ich muss suchen Kurtier 80. Alright. Let's do that. Wünscht uns Glück. Drückt uns die Daumen. Ihr seid schuld, wenn es nicht klappt. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So. Da ist Nathan high. Ja. Wow, wir haben es geschafft. Wow, geil, Alter. Okay, das war eine harte Mission. Alles klar. Ähm, lass uns konzentriert bleiben, lass uns konzentriert bleiben. Okay, okay, was ist der Plan? Dahinten sind Leute und da oben kommen auch welche. Von oben kommen welche? Wollen wir auf die gehen oben? Ja, lass auf die oben gehen. Komm, los geht's. Alright. Ich wollte dir eigentlich erst den schönen Teppichboden vorstellen, der dann so... Okay, wir müssen aufpassen, ja. Immer schön, nicht, dass du jetzt hier den falschen Ground klickst. Sind die hier um die Ecke? Warten die da? Ich weiß es nicht. Doch, da sind welche. Das sind drei, das sind drei, das sind drei. Dario. Die kämpfen aber. Geh rein. Dann geh drauf. Komm. Okay, ich bin auf den einen. Ja, ich auf den anderen. Den einen hab ich. Hast du ihn? Ich hab ihn auch. Ja, ja. Nice. Ich will erstmal essen, essen, essen. Ja, ich esse auch. Nice. Lecker, lecker. Läuft richtig, ja. Ja, ja. Okay, gut, hab ich auch. Und eine Angel sogar. Das war schon mal ein ganz guter... Da kommt schon wieder einer angelaufen. Auf ihn. Ja, komm, voll da kann er drauf. Ja, voll da kann er drauf. So. Booste mich. Booste mich. Booste mich endlich. Oh. Nice. Okay. Das läuft ja richtig gut. Was ist los da? Das funktioniert. Ich weiß gar nicht, was hier das ist. Also, ich bin, ich komme mit der Situation nicht klar, wenn es läuft. Das kann ich nicht kommentieren. Weißt du, ich bin das so gewohnt, die schlechten Situationen zu kommentieren, dass all meine Sprüche, meine ganze Mimik, mein ganzes Wesen ist darauf ausgelegt zu versagen in Minecraft. Das kenne ich, ja. Und dann passiert sowas. Kommt da schon wieder einer. Da hinten. Siehst du ihn? Ich sehe ihn. Siehst du ihn? Bist du auf Jagd? Ja, ich bin im Jagdmodus. Bist du der Predator? Ja, natürlich. Und jetzt, Achtung, die kämpfen hier sogar. Ja, nice. Und jetzt, Alter, ich schlappe dir die Kiste und ich schlappe den Niki. Ich schlappe dir die Kiste und da ist keine Hose drin, ein Steinschwert, aber Essen. Und ein Pfeil. Den Pfeil kann ich mir auch mal gönnen. Und ein Angel, Alter. Die gönne ich mir auch nicht. Und ein Steinschwert, dann kann ich blocken. Das ist ein Ding, oder? Ah, ich kann es gar nicht ziehen, natürlich, ne? Suchen wir mal weiter, ne? Ne, als allererstes würde ich dir hier diese Wand zeigen. Ah, stimmt, ja. Okay. Wollte ich nur zeigen. Ganz nice, ja. Da vorne. Ist ein Name. Da, die sind da drin. Da drin sind die. Da drin. Oh, da drin geht es richtig ab. Da ist ein Bett. Oh, da ist die Schlacht. Are you ready? Ja, muss man aufpassen. Das könnte nämlich ein bisschen mies werden. Okay, der eine ist da wohl gerade bestimmt an der Kiste dran. Ja, der ist an der Kiste dran. Mini-Mocks. Mini-Mocks. Okay, da ist noch einer. Da sind noch zwei. Wollen wir vielleicht erstmal an die Kiste da hinten ran und gucken, ob da was cooles drin ist, falls die noch da ist. Lass mal erst wieder da reingehen. Oh, da fliegt eine Angel in unsere Richtung. Ich werde gehittet. Ich werde angegriffen. Ich sehe es, ich sehe es. Ich bin an dem einen dran. Oh, der hat aber auch Eisenachs und alles. Ja, ich gebe dir Backup. Hab den einen. Oh, okay, verdammt. Ich habe den einen nicht mehr gekriegt, aber der eine war ziemlich low. Hast du beide bekommen? Dachte ich mir schon fast, dass du beide bekommen hast. Natürlich. Da hast du gute Vorarbeit. Da habe ich gute Warte. Wo bist du? Du bist irgendwo da, ne? Bin, ja, da irgendwo. Ich glaube, ich sehe dich. Sind da gute Kisten? Hallo. Ja, ich bin das. Hallo, Kurti. Ne, hier sind gar keine Kisten, leider. Es wird manchmal so, immer so mit vier Leuten wird es dann ziemlich chaotisch. Da weiß man nicht mal, wo schlägt man hin. Aber so lange Dario hier sich irgendwie noch schön die Kills stehlen kann und das ist toll genug. Na klar. Das ist auch mein Ziel, hier alles zu stehlen. Schön sich die Kills klauen. Ja, und das ist einfach auch so ein bisschen relaxed. Weißt du, man muss immer nicht so hektisch. Wenn man schon merkt, es läuft heute mal ein bisschen besser als sonst, dann... Das stimmt natürlich. Deswegen spreche ich jetzt noch nicht. Weißt du, ich spazier einfach nur ganz schön. Wollen wir spazieren? Machen wir so einen kleinen Spaziergang? Ja. Hier durchs Gras. Da vorne sind Namen. Das ist eigentlich echt ganz schön. Ganz entspannt. Oh, da unten. Siehst du das? Ganz schön. Okay, ich sehe es. Wie kommen wir da hin? Gut, der da. Vielleicht versteckt er sich. Hier links sind auch noch welche. Da. Siehst du das? Das sind zwei Namen. Die sind alle da unten. Die sind alle nach unten. Da passt irgendwas. Da unten geht die Party. Da unten geht die Party. Springst du da jetzt runter wie Spider-Man? Man kann sich hier so runterhangeln vielleicht, oder? Ja, hier sind so welche. Guck mal, hier. Die gehen bis zum Boden. Sollen was tun? Sollen was wagen? Okay, hangel dich runter. Das war alles, ey, sicker Action heute. Richtig, nein. Aber jetzt sind sie weg leider. Einfach own fast barrier. Jetzt sind sie leider weg. Das heißt, die Aktion hat dich wirklich was gebracht. Aber es war trotzdem spannend. Also, falls ihr jetzt irgendwie Fingernagelkauen vor dem Bildschirm sitzt. Das kann ich verstehen. Da sind sie, die zwei. Bist du bei mir? Ich bin bei dir. Provoziert ein bisschen. Die haben wir eben schon getötet. Das waren die beiden, ne? Ich hab mega gut daneben geschossen mit meinem Bogen. Wo du nicht geabt hat hast. Richtig gut daneben geschossen, ey. Ach, das ist fein, oder? Wir werden ein weiteres Mal gewinnen. Okay, jetzt komm ich gleich. Okay. Glaube ich schon. Der eine macht ganz schön Damage. Ich bin gleich down. Ich bin down. Hast du überlebt? Den einen habe ich. Der andere flieht. Das war aber auch gerade richtig mies. Ich laufe ihm mal schnell nach. Oh, das war gar nichts von mir. Das war keine... Ein bisschen Eisenrüstung. Keine gute Leistung. Aber der war bestimmt richtig krass einfach. Irgendwas war bei ihm krasser. Irgendwas hat er... Darf ich sehen? Ich sehe den einen. Okay, die Kiste ist weg. Ich sehe den einen. Oh, ja. Schaffst du es? Der ist, glaube ich, noch verletzt. Sollte er sein. Lauf zu euch. Wenn ich wüsste, wo er genau langläuft. Ah, ich bin hinter dir. Ich sehe deinen Namen zumindest. Okay, der läuft jetzt hier gerade wieder rum. Der wird jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit wegrennen. Wüsste dich. Los. Ich wollte erst Apfel essen. Los. Ich wollte erst was essen. Okay, lass mir erst mal was essen. Lauf. Ja, dann lauf. Ja, okay. Okay. Alright. Wo ist er denn? Wo ist er hin? Ja, das geht richtig. Hör jetzt mal auf hier damit. Bust du dich. Das ist Teamwork. Ja, das geht mir übel. Das macht mich... Ja, gut. Schön. Ich lese euch mal noch die genaue Meldung vor, damit ihr die genau wisst. The server lost connection to the internal service system and will be closed out of stream. UBRDI9FDOPBNXRVICUMIGACCMXZSQP4DP2ECHEPLKBLESCQ6WBPSOHKNHTAQEDH UBRDI9FDOPPUK- Gemma und Ghonsal kommunattern Vielen Dank.